Also ich würde bei diesen Temperaturen über 30 Grad einem Hobbysportler nicht empfehlen, draußen Sport zu machen. Wenn überhaupt, dann muss er sich gut vorbereiten. Das heißt, eine Schirmmütze aufziehen, helle Sachen tragen, die eng am Körper liegen, damit der Schweiß auch gut verdunsten kann. Vorher ordentlich trinken, das sind so 300-400 Milliliter, nicht zu viel, weil das sonst im Magen bleibt. Während des Laufens auch nachtrinken, damit man kein Durstgefühl empfindet. Und wenn man es aber irgendwie, sagen wir mal, noch eine Woche aufschieben kann, dann würde ich sagen, lieber nicht. Bei Leistungssportlern, die kennen sich ganz gut, man braucht 7 bis 14 Tage, um sich an hohen Temperaturen zu akklimatisieren. Wenn man das dann gemacht hat, dann kann man das auch besser einschätzen. Aber im Grunde genommen, wenn man nicht unbedingt muss, würde ich es einfach nicht empfehlen.